Kurz bevor das Konzert losgeht, dann fühlt man sich ein bisschen so Gladiator mäßig. Auf einmal spürt man jede Muskel, auf einmal steht man aufrecht. Das ist Leit, Stolz und Macht und man spürt es, man verliert sich daran. Das ist das was man will. Das ist das auch. Das war's. The last person in this world wants to see you at home Hey, this is the interview Of the end If we can talk and can reconcile What we really need, what we know is right I can't stand the silence I can't stand the silence Anymore I can't stand the silence I can't stand the silence Are you ready? That we're going through Check it out! We gotta work this out Before we go too far We gotta work this out Too many help taken apart We have to know what we're fighting for We gotta work this out To be sure If we're searching for reasons I follow the signs I keep running in my direction I'm gonna run out of time I know it's not easy But what could you miss for? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Help me work your sound Help me work your sound Help me work your sound I can't stand the silence I can't stand the silence In the moon I can't stand the silence I can't stand the silence I can't stand the silence Weil ich weiß, dass ich lag da und davon geträumt habe und das unbedingt wollte. Und nach der ganzen Arbeit und dem ganzen Weg steht man da und denkt man, ist das geil. Das ist das, was ich will. Ich kann mir das nur vergleichen, wenn man vor dem Berg steht, unten ist es ein schönes Blick nach oben, was für ein Berg, aber das schönste Blick ist tatsächlich, da oben zu stehen, geschafft zu haben. In meiner Kindheit habe ich immer diese Helden gehabt, ob es David Bowie war oder E2, da gibt es halt so Bühnenbild, weißt du, von Bono halt irgendwie so da mit dem Mikrofon und das ganze Publikum im Hintergrund. Und dann, wenn du das von dich selber siehst und merkst halt, du stehst da, wo du hin wolltest. Das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern und ich genieße es auch. Ich versuche nicht zu vergessen, das Ganze zu genießen. Ja! 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 1998 war das glaube ich, habe ich mir fünf Jahre gegeben. Ich bin mit 50 Mark damals gelandet. Ich habe zwei Gitarren dabei gehabt. Kein Wort Deutsch gehabt. Und ich hatte schon Angst. Ich kann mich dann oben im Dach speichern, in den Haus, wo ich gewohnt habe, stundenlang. Und mit Frust, aber ich wusste, dass das jetzt, was ich machen muss. Und nach der Band, wo ich so die Jungs kennengelernt habe, wenn ich ehrlich bin, war ich nicht komplett überzeugt, dass das Erfolg führen würde. Aber es hat sich gut angefühlt, nicht den Last alleine zu tragen zu müssen. Auf einmal waren mehrere bei mir. Und das sind die ersten Erfolge, die wir erlebt haben, wo man sagt, das ist es, war Supergirl. Das war echt aufregend. Die erste Chartplatzierung war 72 in die deutschen Charts. Das war vielleicht für viele halt kein großer Erfolg, aber für mich war das das Größte. Da habe ich sofort Telefon gegriffen, Mutter angerufen, alle angerufen. Top 100, 72, yes! Das ist der Traum, den man wirklich erleben will. Du siehst deinen Namen auf dieser Chartposition. Und du warst immer einer davon, die die CDs gekauft hat. Und jetzt bist du einer von denen, die die CDs gekauft würden. Das ist ein großartiges Gefühl. Du siehst du. Irgendwann kam der erste Check und das war Wahnsinn. Ich glaube, das war 40.000 Mark oder irgendwas. Das war so viel Geld. Da habe ich nie davon geträumt. Also habe ich zuvor, meine Mutter hatte mir so einen riesen Batzen Geldgeschichte. Meine Mutter hat mich so geschimpft. Was machst du mit dem Geld? Du kannst mir das nicht geben. Ich meine, klar gebe ich dir. Das ist das beste Erlebnis vom Erfolg, deine Mutter vor dir zu haben und zu sagen, halt Mama, ich habe es geschafft. Das war ein großer Moment. Gott sei Dank habe ich mir nicht nur drei angegeben, aber fünf war der Magic Number. Ich habe es geschafft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des 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 ZDF für funk, 2017 Ein Lied von Erinnerung Ich habe als Junge, ich war 13, so eine harte Zeit gehabt, der war sehr krank und kurz vor dem Tod Eine sehr krasse Zeit in meinem Leben, wo alles echt hat sich geändert und mein Vater hat sehr geholfen, der gesagt, aufgeben ist keine Option, weil es war halt okay, jetzt kämpfen wir um, dass es heilt und dass es besser wird Und dann auf einmal hat er gesehen, dass ich auch seinen Kampfkreis auch habe Ich bin ihm dafür immer dankbar, das haben wir zusammen geschafft, das hätte ich nicht alleine geschafft Und dann gut, das hätte ich nicht alleine verschlecken, also eine harte Zeit haben, da war ich nicht alleine, als ich weiß, sei sie sein, aber es war ja nicht alleine, das hätte ich nicht alleine, wenn Command steht. So easy, oh, my son, do these things that they hear me, oh, my son, all I ask is to survive, to survive. Wenn du anfängst, Geld zu verdienen, irgendwann merkt man halt, dass du Verantwortung hast. Das Erfolg ist so wie ein Schalter, der dir ein Riesenlicht anmacht und es zieht diese Aufmerksamkeit dahin, wo es sonst nicht stattfinden würde. Ecuador ist tatsächlich einer der schönsten Länder der Welt. Ich war schwer beeindruckt das erste Mal, dass ich da war. Das Dschungel ist um dich, aber der Virus steckt unten. Die Einheimischen saß auf Milliarden barrels of Öl und die verschiedenen Ölfirmen haben einfach nicht geachtet, mit welcher Art man dieses Öl rausnimmt aus der Erde. Das ist Petroleum. Das ist alles, was es sieht toll aus, aber was ich nicht sehen, ist das eine aus dem Öl, die in der Erde kommen, so dass du ein Avocado aus einem Baum herauskriegst, dass das eine große Menge aus chemical in ist. Es sieht natürlich aus, aber man schützt sich selbst. Bei dem ersten Besuch haben wir Dinge gesehen, die wirklich herzreißend waren. Wenn ich ein Kind leiden sehe, dann bricht dein Herz. Wir haben beschlossen, okay, hier greifen wir an. Musik She's the heart of an enemy, your fire. Stationary by your side. She runs for a remedy, the last of her kind. As she breathes love to your life. What's the price of her memories, broken lives. Scattered here by the graveside. I will lay for the ceremony, who decides. Pray for time. Pray for time. And we all need a strength, which you are. Then we all need some love in our lives. Hey! Can you know if they come for you? I'll be right here by your side. 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 Cause we all need some love in our lives. I'll be right here by your side. 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 And talk about Don't we? I'll be right here by your side. Yeah. Don't give up on your life Shine a light on your love You'll be strong, don't give up on your life Cause we all need a sail to sail You'll be strong, don't give up on your life Man freut sich über jede Auszeichnung von der Musikart Witzig war aber in den letzten zwei Jahren, dass ich mehr Auszeichnungen bekommen habe von meinem sozialen Engagement als von meiner Musik und das ist dann das, was erfüllt Die Menschen in Ecuador, die Einheimischen, die leiden und wir haben beschlossen, das Wasser ist das, was die am meisten brauchen Wir haben unter den Einheimischen ein Komitee erst einmal zusammengestellt und dann haben wir sie so aufgeteilt, dass sie sich ein Teil von diesem Projekt fühlen Und mit diesem Respekt füreinander haben wir angefangen, das erste Dorfmaterialien zu versorgen Das sammelt das Regenwasser, filtert die ganzen Chemikalien raus und langsam hat sich das so rumgehört in der Dschungel, wenn du es dir vorstellen kannst Hey, die Kinder geht es besser, die Haut sind zurückgegangen So Dinge, die wirklich sofort passiert sind, durch sauberes Wasser Und dann natürlich ist es halt so, dass die, statt Wasser vom Fluss zu holen Wasser vor der Tür haben Und dann auf einmal auch Wasserhahn im Haus Und dann... Es ist natürlich eine große Verantwortung gegenüber diesen Menschen Ich kenne die jetzt Das Nicht-Fremden, wir sind Freunde Wir haben mehr als die Hälfte geschafft und machen weiter bis jede Familie, die unter Oil-Pollution leidet, eine Theorie genutzt hat Sind Sie bereit zu rock? Ja! Well, let's do it! Rot. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 More Irish than I am, on the bass, Marc Magic Ferguson The man who keeps us sane, the doctor in the house, on the keys, Mr. Stefan Lankine On the backing vocals, somebody I've grown again to love in my life, my sister, Margarita Berlin, wir lieben euch, vielen Dank, tschüss